Planung des Verlegemusters Planen Sie das gewünschte Verlegemuster sorgfältig im Voraus. Nutzen Sie den zur Verfügung stehenden Konfigurator, um die Abmessungen Ihres Raums oder Garage einzugeben. Experimentieren Sie mit verschiedenen Designs, um das für Sie passende auszuwählen. Stellen Sie sicher, dass der Raum vollständig leer ist. Entfernen Sie alle Maschinen, Werkzeuge, Fahrzeuge und andere Gegenstände, die den Verlegeprozess behindern könnten. Nur ein leerer Raum gewährleistet eine problemlose und effiziente Verlegung der Klickfliesen. Sobald die Fliesen geliefert wurden, überprüfen Sie die Lieferung sorgfältig. Stellen Sie sicher, dass alle Teile, wie die Fliesen, Randstücke und Ecken, vollständig und unbeschädigt vorhanden sind. Falls Teile fehlen oder beschädigt sind, setzen Sie sich sofort mit dem Lieferanten in Verbindung, um Verzögerungen bei der Verlegung zu vermeiden. Säubern Sie den Boden gründlich von Staub, Schmutz und Fett, um eine saubere und glatte Oberfläche zu gewährleisten. Schmutz